Hallo, hier ist Christoph von Bringtogether und heute möchte ich euch die Frage beantworten, warum ihr manchmal Matches seht, die scheinbar weiter weg sind als in eurem Umkreis. Wenn ihr mit eurem Profil nach anderen Profilen sucht, kann es passieren, dass euch Projekte angezeigt werden, die eigentlich weiter weg sind. Nehmen wir hier 353 Kilometer, aber in eurem Filter sind plus 150 Kilometer eingestellt. Das liegt daran, dass andere Projekte ebenfalls einen Umkreis haben und diese beiden Umkreise sich schneiden und deswegen größere Entfernungen zustande kommen. Dafür haben wir den Schalter eingebaut, nur innerhalb meines Umkreises suchen. Schaltet ihr den an, so findet ihr nur noch Projekte, die sich direkt in eurem Umkreis befinden. Diesen könnt ihr auch beliebig ändern, zum Beispiel noch etwas sehr, sehr kleines. und dann findet ihr Menschen in eurem Umkreis. Danke fürs Zuschauen, bis demnächst. Schalt, bis demnächst. ...